Ich bin Feline und ich unterrichte Zeitgenössischen Tanz für Anfänger, Zeitgenössische Tanzbasics. Immer Montagsabend, von sieben bis halb neun. Wir arbeiten mit Grundlagen aus dem Zeitgenössischen Tanz, das heißt wir arbeiten am Boden, wir machen Floorwork, wir sensibilisieren erstmal das Gespür für den eigenen Körper und wir suchen eine Bewegungsqualität, die sich zwischen Entspannung und gleichzeitig auch in der Dynamik bewegt, sodass wir dann, wenn wir im Stand arbeiten, dann in ein dynamisches Raumgreifendes Arbeiten und Tanzen kommen. Was mir dabei sehr wichtig ist, ist eben mit viel Spaß und Freude in den Raum reinzugehen, sich dynamisch zu bewegen, vom Körper ausgehend, mit einer organischen Qualität umzugehen und ganz wichtig ist mir auch Musik, das Ganze mit einer Musik zu machen, mit der man sich auch gerne fangen lassen kann und das Ganze spielerisch machen. Also dass man dann mit viel spielerischer Lust ins Tun und Arbeiten kommt.